so ein wunderschönen guten abend heute ein außergewöhnlicher blog heute ein blog thema delay alkohol mannschaft ihr wisst seitdem ich papa bin eindeutig zurückgeschraubt was alkohol angeht weil alkohol einfach nicht gut ist und ich sowieso schon viele sachen gemacht habe aber heute ist es soweit ich trinke mal wieder ich glaube das letzte mal habe ich vor vier fünf monaten getrunken und bitte trinkt selber nicht oft nicht viel in maßen ja aber heute kommt ich bin kevin und das ist mein erstes glas und wir schauen wo es endet ich bin selber sehr gespannt ich habe lange nicht getrunken und mal schauen was ich so vertrage ja mal gucken was die jüngste vertragen ja erster mannschaftsamt von delay ich melde mich mit dem ersten glas in der hand viele sind schon da wir wollten uns um viertel treffen ja für die wollten uns treffen es ist jetzt 22 minuten zu spät ja und wer fehlt natürlich wie da ist es wir haben uns selber eingeladen warte mal hey warte mal selber eingeladen hast du denn gespielt gestern gar nicht heute keine mein namen ist zeżenia und Ich bin Kevin und das ist, glaube ich, mein Fünfter, mein Fünfter, das ist mein Sechstes Getränk, glaube ich, und mir geht es doch ganz gut. Mein Name ist Kevin und das ist mein Achtes Getränk, also es ist kurz vor 4 Uhr, wenn mir geht noch einiges. So, ich bin das erste Mal am Pissen nach sieben Getränken, glaube ich. Mein Name ist Kevin und das ist mein Achtes Getränk. Ich habe gerade gepisst wie ein Weltmeister, ich bin leicht angeschossen in den Reh, aber nur leicht, ich kann auch rumpeln, wenn, geht doch einiges. Sieht zwar nicht, aber es ist kurz vor 4 Uhr und das ist mein Achtes Getränk und es geht jetzt erst richtig los. Mein Name ist Terrier, das ist mein neuntes Getränk, ich bin richtig. Das hier ist Klaas Nummer 9 oder 10. Direkt auch wieder falsch. Direkt auch wieder falsch. Ich bin immer noch ratendicht. Ich werde gerade mit Alkohol betrunken. Nee, beklecker. Also das ist mein Getränk Nummer 11. Ich werde raten. Raten. Es ist 5 Uhr 36. Ich bin immer noch ratendicht. Ich gehe jetzt nach Hause. Und die denken, die kommen noch rein. 5 Uhr 36. Ich habe ungefähr 10 bis 11 Getränke genommen. Ich bin ratendicht. Trink bitte keinen Alkohol. Ich fahre jetzt gleich mit Taxi nach Hause. Ey, schönen Abend euch, ne? Dir auch, mein Lieber. Viel Spaß. Wir sehen uns noch im Training. Bis morgen. Bis morgen. Immer morgen. Okay, ich weiß nicht, wann wir Training haben. Heute ist Sonntag, oder nicht? Aber bis morgen, hey. Hauptsache bis morgen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. einen Kommentar und die Glocke aktivieren. Ich fahre jetzt zu meiner Frau, weil sie die Beste ist. Und es gibt kein Beste. Heide. Ciao.